Die, die laufen noch nicht bei den Nebel hier oben, oder? Hä? So? Nicht schießen! Ja, super, soll ich ihn verprügeln? Nein! Alter, das war... Ja, ja, Moment. Moment, Quatsch, das war falsch. Ach, Mann. Ja, natürlich, hat man alles verloren, oder was? Das gibt's doch nicht. Da krieg ich immer noch die Winkel, oder was? Nein, ich will das nicht reparieren, ich will... Ach, rick mich auf den Arsch. Scott, warte mal. Du blutest, Scott, oder bin ich jetzt? Das ist, glaub ich, meins. Alles gut, Scott. Guter Mann, guter Mann. Ich will meine Sachen wieder haben. Einen Bogen hab ich noch. Hab ich denn, hab ich denn auch noch meine Pfeile? So, Moment. Da sind ja noch ein paar Pfeile. So, äh... Edit Brawl... Ach, das gibt's echt nicht. Äh... Das gibt's echt nicht. Ich spawren bestimmt alle da hinten jetzt. Ich spawren bestimmt alle da hinten. Ja, warum soll ich das denn herstellen, hier? Handgranaten... Wofür soll ich denn Handgranaten? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Upgrade herkriegen würde. Oh. Ich kann aber weit gucken. Ich kann aber Lyste putting up and 아닐 Track. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha. Shit. Ha. gut Kulü das war sehr händliche Was ist das wirklich jetzt? durchgehende klamotten holen toll er hat eine kartoffel da gelassen jetzt wird bestimmt alles besser so waren bei mir sind aufpassen Eat all. Mein Statuseffekt ist sehr gestartet. Äh, gestartet. Man ey. So, so wird auch nix aus meinem, äh, äh, äh. Wir sind doch immer Lüner. Warum finde ich denn so wenig Federn? Bin zu fett, die kommen ja nicht durch. Der läuft aber sehr beschissen. Geht Gott sei Dank echt schnell runter. So. So. Warte ich denn hier? Nix oder was? Ach doch, den Hammer. Dann haben wir es weg, Mann. Na. Sollten wir ein Bieren töten. Nein. Ich lauf jetzt hier durch. Schnauze hohen. Du bist jetzt schuld. Du warst in der Nähe und da ist mir das Unglück passiert. Bin ich mir ganz sicher. Lass mal ein paar Federn fallen. Na, keine Fehler, Mann. Ich guck mir mal, ne, wie, wie, wie viele Minuten wir schon aufnehmen. Was ist das denn? Ach, ich hab kein Stigma. Auch dieses ist mir nicht vergönnt, äh, äh, gegönnt. So, erstmal ne Runde essen. So, damit wir nicht verdursten, kriegen wir mal ein bisschen was. Ja, von mir aus. Ja, von mir aus. Hey, Federn. Hey, Feder. Kann ich hier nicht Marker setzen? Natürlich wenigstens zwei Federn auf einmal sporen. Nee, geht nicht. Warum kann ich das nicht? Hey, Blätter. Hey, Berry. Find ich schön. Hey, guck mal, ein Haus. Unser. Du klingst doch negativ. Ja, Mann. Ich bin sehr negativ eingestellt. Warum haben wir nur noch einen Huhn? Nur noch ein Bobby da. Ah, das gibt's doch nicht. So. Hier geht man direkt mein Stigma da hoch. Äh. Geil. Oha. Vorgelaufen. Total weh. Wär eigentlich gut, wenn man aus den, aus den, ja, aus dem, äh, im Hühnerstall noch mal ein paar Federn kriegen würde. Das fände ich echt gut, äh. Warte mal. Versuch mal den Bären zu finden, hier. Vielleicht einen Bären haben oder so. Wo war'n mal ein Bär hier? Bin mir fast sicher. Wie jetzt kommt mir sein... Tendi, Tendi. ... ... ... ... Oh man, ich brauche dein Fleisch. Was ist denn? Hey Peeer! Ja, halt, da habe ich mich erschreckt. Hä? Kein Beeer! Was gibt es da nicht? Eine Feder! Und jeder weiß, Federn sind ein Anzeichen von Bären. Jeder ist ein Bär! Ob ich da mit dem Bogen kriege? Ja, geht schon, aber... Alter! Junge, das ist... Komm mal! Ich wollte schon sagen, Junge. Ey, den Bogen brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ey, meinen Bogen wieder. Ey, was der ja an Bogen gefressen hat. Junge, Junge, Junge. Hier, so. Ja, können wir... Können wir hinnehmen. Das ist gar kein Thema. Gar kein Thema. Komm, da geht noch ein bisschen was. Da geht noch ein bisschen was. Ja, können wir... Können wir... Äh, da können wir vielleicht auch mal... Geht das? Ne, warte. So, oder? Hm, 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 hm. Das geht nicht. Aber wir haben wenigstens was zu... Ja, der Sound ist einfach geil. Wir haben ein bisschen was zu essen. Das ist gut. Ne, ich hab nicht aufgepasst, oder? Äh... Ich hab nicht aufgepasst. Das gibt's doch nicht. Ah, eine Minute nie aufgepasst. Zack, bis am Verbluten. Äh... So. So. Eben... Ein bisschen rohe Fleisch hier rein. Da da rein. Äh... Äh... Was war denn da nochmal? Salz? Brauchte ich ja nur Salz, ne? Genau. Salz. Hä? Ach, und ein Messer. Äh... 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 ... ... ... ... ... Zack, das hängen wir was höher. Und das hängen wir noch unten. Äh... Äh... Manchmal... ...wischst du die irgendwie... ...die Dinger gar nicht? So. Da können wir direkt mal einen von Eat'n. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. So. Keine Ahnung, ob der was gebracht hat. Wahrscheinlich nicht. Ähm... Wobei, ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal ne Runde pennen. Vielleicht sieht das Leben dann besser aus. Oder auch nicht. Äh... Wir sind am Verdurschten. Ist nicht so gut. Wir sollten dringend was trinken. Hä? Hallo, trinken? Hä? Achso. Ist leer. Ich muss grad sagen, Alter. Warum trinken der jetzt nicht? Liegen die jetzt alle hier? Er liegt im Bett. Nur sie kann ich im Bett. Hä? Hä? Mauen die Einzelbetten vielleicht? Ich versteh's manchmal nicht so genau. Zack. So. Feuerholz. Das hier. Das hier. Das hier. Und ich glaub Borken, oder? Genau. Kann ich hier auch nochmal, ne? Ja, wunderbar. Dann kann ich auf dem Grö... mal eben hier so eins... Drei... Ja, mh. Das knuspert aber lecker. Das knuspert aber lecker. Lecker, 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 schmecker. Mh. Mh. So. Ist noch raw? Okay. Müssen wir ein paar Minütchen eben warten. Ich glaub... Ah, okay. Oben fällt jetzt nix mehr durch. Wie schnell das verfällt? Hä? Ich weiß nicht, du bist halt am Grillen und direkt... Weg ist es. Ist es medium? Okay. Sofort runternehmen. Sonst ist es gleich echt schwarz. Und das wollen wir ja nicht. So. Zack. Das ist jetzt nicht mehr medium. Es ist so well down. Well down. So. Und so. Zack. Direkt wieder runter. Gibt es doch nie. Rawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawraw. So. Tschudo. Lass mal. Überkommen zu mich. Mmhm. Mmhm. Medium. Raw. Düdudududududu. Düdudududu. Güte so eben noch mal Essen zu holen ja so und vorhanden passiert was hier passiert man kann die alles haben man kann nicht um um tetics' essen bei, äh dabei essen dürfen kann man da nicht Tinder direkt reinlegen würde ich mal ganz gerne einmal ausprobieren öö, Tinder ja doch kann man du 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 Man muss echt hierbei stehen bleiben. Das ist echt ein bisschen a-nervig. Aber ansonsten ist das Essen nämlich sofort durch. Medium, zack. Ah. Nackenschmerzen, Mann. So, dann würde ich nämlich jetzt gleich einmal den Boss versuchen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Oder nicht. Aber es wäre vielleicht ein Versuch wert. So. Ja, kann doch nicht ein bisschen. So, pass mal auf. Wir giffen da einfach mal alles rein, weil wir haben. Aber dann haben wir wieder auch vielleicht mal eine... So, und dann füllen wir direkt diese mal ab. So, zack. Wunderschick. Wunderschick. So, hier müsste auch... Ah, geil. Zweier Flaschen Ökohol. Ähm... Ja, gut, dafür brauche ich nur wieder Zucker und so weiter. Kann ich hier eigentlich nochmal einmal so ein bisschen... Äh, achso. Warte mal. Status? Kann ich... Ähm... Ah, ja, genau. Ähm, Medizin. So. Es wird warm scheinbar. Oh. So, Salz können wir wieder oben hier rein tun. Zack. Äh... Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. So. Ja. Kann man ruhig mal machen. Hör, halt da. Hör, halt da. So, mal willst du mich loswerden, oder was? Dann sagt er doch nur. Achso. Äh, hä? Deswegen hab ich die Sachen untergebracht drüben. Das fühlt mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Ja, da kann man ja auch noch hier ein bisschen unterhalten. Fällt ja nicht auf. Wo ist denn? So. Gut. Brauchen wir dann vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht können wir ja auch mal ein paar Pfeile machen, oder so. Ah. Nicht viel, aber... Kate macht uns die besten Pfeile. Sag ich jetzt mal so.